Vielleicht wird ja jetzt alles besser. Der Regierende Bürgermeister hat ja jetzt angekündigt, dass er den Air-Berlin-Mitarbeitern, die keine Anschlussverwendung, wie es so schön heißt, finden, anbietet, doch für das Land Berlin zu arbeiten. Praktisch, wenn dann die Stewardessen künftig im Standesamt arbeiten, dann können sie den Heiratswilligen gleich den Notausgang zeigen, für den Fall, dass sie sich anders überlegen.